Ola, ciao liebe Nerinnen und Narralesen. Morgen beginnt wieder die Zeit, die ihr dreisterweise auch Karneval nennt. Aber das ist kein Karneval. Das ist Karneval-Sommer! Um was habt ihr? Langweilige Büttenreden! Kann mir mal einer den Offer herholen? Die Opposition macht zwar viel Wind, aber davon dreht sich in Deutschland noch kein einziges Windrad. Dann werden wir ihnen zeigen können, dass ein Jahr christlich-liberale Koalition dieses Land so verändern wird, dass wir für die... Und eure Karnevalsumzüge sind auch nicht besser. Die Zochte! Kamelle! Aber wir von Kaipi Centrao lassen euch nicht in Konfettiregen stehen. Hier unsere besten Kostüm-Tipps. Die perfekten Kostüme für deutsche Politiker. Horst Seehofer als Vorzeigegastarbeiter. Also mit Rückflug-Ticket. Multikulti ist top! Sigmar Gabriel als Jabba the Hut. Philipp Rösler als Doktor Krankenschein. Und... Christian Wulff als Schlaftablette. So werdet ihr garantiert eine richtige Spaßgesellschaft. Gleich im Anschluss der geile Bock die Wetteshow mit *** und seinem Bambu. Philipp Röder-Füchle weiße Hallo! Kindasch der alta natürlich Gäste!